Star Wars The Old Republic 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 Oh, you've got the wrong person. You kids love talk, huh? Wake me when you're done. We're done. Let's burn it up! Was zum Henker? Was geht denn mit denen ab? Da kümmern wir uns erstmal um den Typen da. Oh. Oh. Hallo. Der einzig Vernünftige hier. Boom. So. Boah. Was war das jetzt hier für ein Affentheater? Kann das immer jemand verraten? Ach ja. Immerhin sind sie zusammen gestorben. Oh. Jetzt ist sie weg. Oh. Jetzt ist sie auch weg. Bitte verschwinde nicht. Bitte verlasse uns nicht. Bitte. Rhylo. Nein. Nein. Na gut. Okay. Ähm. Willst du uns irgendwas erzählen? Damals? Irgendeine Kleinigkeit? Gibt's da was zu erzählen? Du? Hast du mich etwa verraten? Hä? Ja. Ja. Du hast ein paar Probleme mit Bounty Hunters, Captain? Mmh. I need a little. I can't help that I'm popular with all the wrong people. Being famous has its drawbacks, doesn't it? I hear Black Suns on an emergency recruitment drive, and you had an altercation at the spaceport. I take it my lead was worthwhile. Turns out, there's a Celestin Laman chasing Skavik too. It's always good to have friends with common interests. While we wait for Skavik to make his next move, perhaps, we could play a little Sabacc? I saw that one coming. Orso, don't be such a spoiled sport. What do you say, Captain? First game's on the... Hm. Dear Arnold, man. I play to win, Darmus. Hope you can keep up with me. Don't say I didn't warn you, Captain. Get us a round of drinks, won't you, Corso? As a good man, let's deal some cards. You win again. That was... Very impressive. Impressive? The Captain just cleaned your chrono, Darmus. Hm. I'd say you've played this game before. Maybe I have. If your top's around here, the other players must be really lousy. I clearly need to seek out fresh competition. Hold on. I'm receiving an alert from my network. This may be what we've been waiting for. Looks like your efforts have paid off, Captain. My informants just witnessed Skavik fighting someone and fleeing into Justicar's territory. We have him. Did your informants say you Skavik was fighting? An alien of some sort, according to this report? Very peculiar. Justicar's don't tolerate outsiders in their sector. Skavik must truly be desperate to risk his life going there. I'm not letting some Justicar kill Skavik before I did. Then you'd better hurry. Justicar's aren't known for their mercy. My informants are a brother and sister named Jick and Jewel. They know where to find Skavik. I'll tell them you're coming. Play your hand carefully in the Justicar sector. My instincts tell me, Skavik hasn't shown all his cards yet. That's a good advice. Good luck to you, Captain. I hope you make Skavik pay all his debts. Let's move our next step. Es wird ein Doppel-Erfahrungspunkte-Wochenende geben, deswegen nur diese kurze Aufnahme-Session, damit das auch definitiv in der Folge dann drin vorkommt, die ich für euch vorbereite. Morgen bis Sonntag gibt es also ein verlängertes doppeltes Erfahrungspunkte-Wochenende. Das könnt ihr euch schon mal in den Kalender notieren. Also fangt morgen an die Twings rauszupacken und dann geht's los. Das wird sich natürlich gut treffen für Selvik, da können wir ein bisschen leveln. Natürlich gar nicht mal so ungünstig. Und jetzt haben wir wieder hier oben dieses No-Guild-Controls-The-Sector, was nicht verschwinden will. Na super, ist er super duper. Los geht das Ganze, wann geht das eigentlich genau los? Ach genau, ab 20 Uhr. Genau, um 20 Uhr und das Ganze nicht bis Sonntag, Entschuldigung, sondern bis Mittwoch. Bis Mittwoch, dem 22. April, 9 Uhr morgens könnt ihr also doppelte Erfahrungspunkte genießen. Das ist natürlich eine super Sache. Und ansonsten, wie gesagt, wird es auch zu dem gesamten Star Wars Celebration Wochenende einen Livestream geben. Mit den News, los geht das Ganze um 19 Uhr morgen unserer Zeit. Und das Ganze soll ungefähr 30 Stunden andauern, dieser Stream. Das kann ich euch schon mal sagen. Ansonsten vielleicht eine kleine News zu Star Wars Battlefront an dieser Stelle. Star Wars Battlefront wird Teil des EA Access-Programms sein. Für diejenigen, die es nicht kennen, EA hat so einen kleinen Vertrag mit Microsoft, dass bestimmte Spiele zuerst auf der Xbox One gespielt werden können. Und dazu, jetzt kann ich nicht mal das hier öffnen, doch kann ich doch. The Justicars. Ähm, und dazu gehört eben auch Star Wars Battlefront. Das heißt, diejenigen, die von euch eine Xbox One haben, die haben Glück, die werden das als erstes spielen können. Ich hingegen werde warten, bis es für den PC erscheint. Und dann natürlich Super Let's Playen. Da könnt ihr euch schon mal drauf verlassen. So. Zack. Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. Wo müssen wir genau hin? Erstmal looten. Ich will nämlich eigentlich... Speak to Jewel, okay. Aber da... Achso, ach ja, genau. Das sind die Ordnacht Saboteurs. Okay. Aber wir wollen trotzdem erstmal zur Klassen-Story. Die ganzen Nebenquests... Joa, die könnte ich vielleicht mal in einem Stream machen oder so. Jetzt so nach der Aufnahme. Heute so ein Stream mit Star Wars The Old Republic. Das wäre sogar mal was, wo ich sagen würde... Joa. Warum eigentlich nicht. Aber erstmal gehen wir jetzt hier rein und quatschen nochmal eine Runde. Auf geht's. Hallo, Klopf, Klopf. Ah, da. Du bist also die Schwester. Na, Hallihallo, Hallihallo. Oh. The Captain, right? About time you got here. Thanks to you the Justicar snag my brother Jick. Should have never tangled ourselves in your Cloudhead business. Hmm. What do you mean by Cloudhead? You're from where the air is thin and heads are soft. This is Turferland. Wise up and grab some ground. I'm Jewel. My brother Jick and I were watching Skavik for you. Big mistake. Nothing but trouble. Things always go bad for Turfers when Cloudheads come down here. Never should have took this job. Your ray of a sunshine. Are you done berating me yet? Haven't even started. You kept me worrying and waiting a long time. Jick and I were tailing Skavik when the Justicars came after us. Jick stuck to Skavik, I drew the Justicars. I lost those helmet brains easy, but they snagged Jick and hauled him off to their detention center. I could lend a hand if you need one. Like you have a choice. Our bad luck is your bad luck. Jick knows where Skavik went, but he didn't have time to spill it to me before they snagged him. You want Skavik? Better prowl into the Justicars detention center and free my brother. Why can't things be easy just once? This is life in Turferland. Welcome to it. Once inside the detention center, you have to bash all the Justicars droid eyes. That's how they track intruders. If those droid eyes aren't rubble, the Justicars will know your face. You don't want that. Droid eyes? The Justicars don't worry me. Smash everything. Check. I was already planning to trash the place, kid. Make sure you get all the droid eyes. It's the only way we get out of this clean. Understand? Don't just stand there goggling at me. Get Chick out of that detention center before something happens to him. Hmm. On one con- Oh! On one condition? Fine. Enough goggling. If I do this, you have to stop calling me a cloud head. No doubt about it. Take this hollow transmitter with you. I want to talk to Jake as soon as you are free. There are so many quests. Yeah. I have to do it next to you. I can't do it now. Let's move on here. Ehm. 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 Wie's going to die Server abzuschmieren. Na, jetzt sind sie wieder da. Mitten in der Aufnahme. Mensch, Leute. Das können wir noch nicht machen mit mir. Das können wir noch nicht machen. Ähm, hallo? Der ist gerade beschäftigt. Okay, das ist gut. Ah, ich war hier schon mal. Da drüben gibt es dann auch einen Gegner für die na, sag mal schnell. Für die Kopfgeldjäger-Auftragswoche. Das weiß ich noch. So, dann verkaufen wir mal die Telleran-Scout-Jacket. Die brauchen wir dann eh nicht mehr. Den Gürtel auch nicht. Die im Normalfall auch nicht. Nö. Ah, die Server schmieren gerade ab. Ich merke es. Es ist gerade sehr, sehr laggy. Aber gut, was willst du machen? Ich verkauf mal das ganze Zeug. Was haben wir denn noch? Endurance. Das muss ich auch alles mal irgendwie anderen Charakteren zuschieben. Beziehungsweise solche Dinge hier. Aluminium. Aluminium. Ist auch interessant. Es wird im Englischen, glaube ich, Aluminium ausgesprochen. Und im Amerikanisch-Englischen wird es Aluminium ausgesprochen. Sehr seltsam. Ja gut, die Verbindung ist irgendwie abgeschmiert. Keine Ahnung. Was macht der denn hier? Ich verstehe das nicht. Also an meinem Internet liegt es nicht. Mein Internet läuft. Mal gucken, was der allgemeine Chat sagt. Leckt es bei euch auf. So ist es natürlich ärgerlich, dass es mitten in der Aufnahme passiert. Aber die Server scheinen gerade wirklich sich zu verabschieden. Oh, jetzt. Plus. Gut, dann liegt es wirklich nicht nur an mir. Dann, ja. Sehr gut. Okay. Perfektor. Dann wagen wir uns jetzt trotzdem mal hier in den Kampf, bevor ich die Aufnahme beende. Oh, ein Hound. Was ganz lupend. Das finde ich übrigens sehr witzig, dass das Ding Hound heißt im Englischen und das eben wie Hund klingt. Der eine schreibt Nö. Ja, jetzt haben sie sich auch ein bisschen beruhigt. Ihr könnt das verfolgen, indem ihr hier unten rechts immer mal diese Serverlegs durchschaut. Ihr seht das schon. Sehr interessant. 453 Millisekunden. Das ist echt nicht mehr normal. Das ist aber auch ungewöhnlich. Hatte ich noch nie. Das hatte ich in der Tat noch nie. Oh, und wir leveln auf. Mensch, jetzt geht es aber ab. Level 16. Perfektor. Und wir schlagen uns immer weiter. Da war ich zum Beispiel noch gar nicht jetzt da oben. Das erkunden wir später noch mal. Und ich glaube, hier gibt es auch irgendwo noch ein Loan-Objekt. Aber das soll jetzt mal nicht unsere Sorge sein. Sondern wir umfahren mal ein paar Gegner und oh, ne, die werden wir nicht umfahren können. Und kümmern uns jetzt um hier. So. Und machen uns immer weiter nach unten. Habe ich nicht noch irgendwie eine zweite Waffe? Genau, ne. Diese Scattergun. Da muss ich mich auch mal um Ersatz kümmern. Es kann ja nicht sein, dass ich hier mit Level 30er, Level 34er Equip rumlaufe. Ach, das habe ich hergestellt. Kann ich noch mehr herstellen? Oh. Das, ähm, ähm, kein Kommentar. Da hätte ich mich mal drum kümmern sollen. um diese ganzen Geschichten hier. Wenn ich so viel Dash, was wir alles haben, da level ich mal auf, äh, abseits von der Aufnahme. Die werde ich jetzt eh jeden Moment beenden. Ich will zumindest hier in dieses Main, zu diesem Maintenance Elevator. Oder hätte ich in die andere Richtung gehen müssen. Oder machen wir das mal. Was wird die Quest wenigstens haben? Ah, hallo. Ein Scharfschütze hier. Na, das werden wir uns wohl hinkriegen, oder? Na, komm, die, die bleiben dabei bestehen. Ach, der ist strong. Ich habe halt immer Angst bei so einem Lag, dass du dann, äh, dein ganzes Leben verlierst und das du gar nicht mitbekommst. Dass das so auf einem Schlag, so bumm, sondern bist du tot und du weißt gar nicht so richtig, warum. Und das alles nur, weil ich es geleckt hatte und die Verzögerung eben nicht so richtig realisiert hast. So, wir sind jetzt hier drinnen. Bitte nicht töten. Ah, das ist auch schon. Mit great success. Guck an, jetzt können wir sogar einen Orgman da reinpacken. Nützt nur irgendwie bei so einem Gegenstand nicht viel. Auf in den Fahrstuhl. Und da sind wir auch schon. Zack, zack. Oh, hier ist sogar gerade einer. Mensch, wie sieht denn der aus? So ein großer Bullion. Entschuldiger. Oh. Ja gut, der hat sich auf jeden Fall gut ausgestattet. Level 36er Equip überall. Hier ist sogar noch ein Enhancement, was fehlt. Da hätte er sogar noch was reinpacken können. Blood Red Color Crystal. Okay. Black Purple Striated. Okay. Interessant. Der Typ hat sich auf alle Fälle richtig gut ausgerüstet. Mein lieber Scholli. Ah, hier sind die Agnards. Na komm. Dann machen wir das jetzt noch schnell für die Aufnahme und danach ist Feierabend. Surrender. Please. Cooperate and you won't be harmed. Where's the Greed device? What? Still waiting for my device. I don't have to listen to this load of garbage. Okay. Okay. Couldn't you move south in the house? Couldn't you move away? Okay. Sounds like it's time to find a new home. Is there a reason you're whining to me about it? I'll tell the Greed-Representatives about your situation. Good. Da wissen wir Bescheid. Wir sind sozusagen auf diplomatischer Mission unterwegs. Aber diese diplomatische Mission, die beenden wir in der nächsten Folge. Vielleicht auch das in der übernächsten, ich weiß nicht, denn wir sind ja noch eine Weile hier im Just-a-Car-Gebiet unterwegs. Auf alle Fälle hoffe ich, dass es euch ein bisschen Spaß gemacht hat, hier wieder dabei zu sein. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr auch morgen wieder einschaltet. Auch dann wird es natürlich wieder eine Folge geben. Nachher kommt noch SVTor PvP Action with Corey and the Willia. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Macht es gut und bis dahin, euer GIGAGREVIE. Ciao, ciao!